Ach der Schuh geht nur auf Menschen? Äh ja und der Hinschuh geht nur auf den Ball. Geil wie Sau, Alter. Mann! Die spielen alle drei, Alter. Mega Jean Jean. Spielen nur auf Xbox, die werden... ...oder so. Ne, doch nicht. Ich hab Konsolen ausgestellt. Der Rot. Alter, hier ist ein Hebel. Merkt ihr das? Was ist ein Hebel? Hier ist Regen. Ja. Regen. Der gab es noch nicht. Nee, gab es noch nicht. Spielen gemacht, Dennis. Oh, der ist erst anstrengend. Nein! Oh, der kommt da noch rein. What? Hat nicht jemand was Schnelles? Naja. Naja, ich bin explodiert jetzt. Machen die uns noch kaputt, Alter. Die Typen haben das alles drauf mit dem Scheiß. Ich weiß nicht mal wie ich... Nee, einfach rumgelackt. Der Weg in der Karte. Es gab mir auch so. Ein schönes Loch. Der Weg in die Abenteuung. Der Weg in die Abenteuung. Man muss raus. Der Weg in die Abenteuung nehmen. Man kann den Weg in die Abenteuung nehmen. Oh, Spikes. Jetzt ist er einfach gegenwannert. Ah, fuck, David, komm bitte, bitte in die Mitte. Soll ich dir denn mal in die Mitte? Ja, der Mitte kommt da. Nein! Oh! Alter, das war eine Knappheit. Die Vorarbeit von mir. Ja. Ey. Dennis hat alles abgeschlossen. Das war ein Dreier-Team-Arbeits-Initial. Du hast das Dings gewohlt, Dennis. Was? Dieses Batman-Auto? Nein, das ist genau das gleiche wie du, oder? Ja. Soll das Batman-Auto, was Dennis hat, oder? Batman-Auto, das gab es aber einfach so, oder? Er hat doch kein Geld aus wie hier. Achso, achso, nee, ich wollte gerade sagen. Hör uns mal an, Dennis, wo ein bisschen du? Hey. Weg damit. Oh, Dennis geht ab. Das ist das Batman-Auto. Hast du dir mal das Batman-Auto-Bi angeguckt? Ja, das ist genauso klein und hässlich wie das. Genauso klein und hässlich, also das stimmt nicht. Genauso klein und hässlich wie ich. Ja. Das könnte hinkommen. Das könnte hinkommen, ja. Huiiii. Die Fresse, oder was? Achso. Oh, der wird fast reingedrissen. Komm, komm, ab rein mit dem. Nein, gib mir die perfekten Spikes. Komm her. Oh, der Wichser, ich hab's... Oh. Oh, der wird nicht alle wegkicken, ey. Keiner, ich kann mich leider nicht. Ey, mach der denn. Ey, ich kann doch wohl nicht... Angerisch. Ach, nee, mach der genau denn. Zum Glück sieht's jetzt die hochdünne. Oh, komm David, komm, da ist alle Zeit damit. Ja. Hat er gesehen, hat er gemacht, hat er gelegelt. Gelegelt. Gelegen. Ich kann das ehrlich aussprechen, zurück. Kackni nasa wut. Äh, wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Äh, wie bitte? Äh, wie bitte? Äh, wie bitte? Wie bitte? Ist okay. Ja, das ist morgen ein bisschen schön. Ja, mal Gas, Dennis. Ach, mit dem, eben mit den Reifen, da gibst du eben den Schwung, oder wie? Nee, da schießt du irgendjemanden ab, oder, den Gegner? Ich weiß nicht, der konnte grad... Weil ich halt... Das kann man nur auf die Gegner machen, oder? Ja, deswegen, ja. Oder wesentlich. Oh, ich hab Dings. Ich baue in die Mitte und ich mach ne Bombe ran. Ja, ich kann nicht mehr. Nein, David, komm, mach es. Sehr schön. Alter, hab ich da noch reingesprungen, ey. Das wusste ich mit diesem Faust-Ding. Ja. Wir warten bis er ungefähr auf Tor ist und dann fangen. Dann hättest du auch so reingemacht. Ja, ich weiß, aber... Dann wär er jetzt irgendwie umsonst und dann hätt ich mir gedacht, ey... Hetzte, Mann. Boah, der macht das. Ich kann doch alles ohne hier. Ich wollte grad den Schuh machen, wo der Luft zu jetzt ist. Jetzt wollte ich grad anspringen. Ich weiß nicht, warum das denn... Reingeh. Die Punkte einfach. Der hat schon ganz schön ne Lusa, kann das sein? Ja, der mit dem macht. Boah, gleich weg damit, ey. Genau das richtige grad gehabt. Was macht denn der Dennis hier? Alter, ich komm gar nicht klar mit dem Magneten, ey. Ja, der ist halt... Irgendwie fährt man doch ein bisschen schnell. Nimm den Ball, Will. Das kann ich... Du kann ich nicht auf den Ball machen. Ach, den Schuh kann ich nur auf Dings machen. Alter, mich portet hier ständig inner... Oh, scheiße. Oh, ich hab' ich fast reingezogen. Schon wieder, Alter, was ist das? Ach, der Schuh geht nur auf Menschen? Äh, ja. Und der Handschuh geht nur auf den Ball. Hooh. Hooh. Geil, wie Sau, Alter. Guck dir das Ding an. Gib mir die Vorlage an. Die war wirklich geil. Alter, geil mit dem Fick. Boing. Hier, da ein bisschen Übung. Jetzt sind wir schon fest drin. Ich stehe mit beiden Füßen im Reden. Wow. Ich hoffe, danach haben wir ein anderes Auto. Magnetdäum bin ich jetzt. Magnetdäum, Magnetdäum. Oh, 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 oh. Ach, du Scheiße. Ich bin aber da. Eie. Ich liebe das die ganze Kacke. Ich bin aber das. Eie. Mh, mh, mh. Ich bin da da. Gut. Oh. Ta. Oh. Oh, dieser Magnetfick. So, der kommt klar auf sich zu. Nice. Ich komme einfach nicht klar mit der Scheiße, ey. Was war denn, was soll ich jetzt? Ich muss nur deine Maus drücken. Ich hasse diese Steuerung. Ist da an der Steuerung so schwer? Nein. Wie geil war das denn? Oh, nee. Der ist auf der Stelle einfach. Ich hasse diese Steuerung. Abzeit. Oh, nein. Was war denn das? Sorry. 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 Ich dachte, wir sind schon im richtigen Winkel. Was ist denn so ein Winkel? Ja, ich habe die Faust genutzt. Im Arsch, dass du dein Leben bist. Fuck. Ich wollte gerade... Ah, gut. Ich kann nicht mal einfrieren, wenn ich in der Nähe bin. Schade. Ich wollte jetzt von hinten einfrieren, den Ball. Das wäre ja lustig gewesen. Ich wollte jetzt... Jetzt wollte die so einfrieren, dass du einfach stehen bleibst. Leute, wie du rüberspringst. Ey, die Schnauze gehauen. Ja, ei, ja. Sogar Blitze sind draußen zu sehen, doch. Hör mal, das ist gut. Warte, ja, ne? Ja, geil. Wenn es schneit, dann ist die ganze Alu da oben bedeckt. Die ist gar nichts mehr. Wenn ich weiß. Außer, wenn ich jetzt Sperrmord aufmachen würde, dann wäre es ja auch weiß. Ja, aber du hättest dich stark. Böööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö muss ich mal ausschneiden muss ich mal aus